Servus, ich heiße Julian Ruppkirschl und zeige dir in dieser Fortbildung, wie du PowerPoint gewinnbringend in der Schule einsetzen kannst. Dabei starten wir mit einem einfachen Arbeitsblatt, denn auch dafür lässt sich PowerPoint hervorragend nutzen. Im Anschluss erstelle ich eine Präsentation zum Thema Fake News. Dabei nehme ich dich mit auf die Reise und zeige dir verschiedene Funktionen. Natürlich können deine PowerPoint auch mit Videos bestückt werden, sei es von YouTube oder von deiner Festplatte. Dabei hat PowerPoint mittlerweile so mächtige Funktionen, wie z.B. die Animationen oder die Morg-Funktion, dass du bald deine eigenen Erklärfilme nur mit PowerPoint aufnehmen kannst. Nach dieser Fortbildung ist es dir ein leichtes, eigene Erklärvideos, z.B. für den Flip Classroom zu erstellen. So ist PowerPoint vielfältig einsetzbar, nicht nur als Präsentation, sondern auch als Lernumgebung. In dieser Fortbildung wirst du alles Nötige dazu lernen. Ich freue mich auf dich, bis bald!